Also Stealth auf 43 ist richtig geil, ne. Man macht halt auch einfach keine Laute. Das passiert nicht. Wie sieht es bei den anderen Dingern aus? Weiß gar nicht. Ausdauer ist relativ hoch, aber dafür ist es echt low. Aber dafür ist es ja mehr so auf Sunny hier gesteuert. Dafür laufen wir das Spiel aber halt auch einfach. Oh, der will ja mich. Oder? Dann hat er mich doch nicht gesehen, weil ich will die Tür hier gleich aufmachen. Zu erstes. Hast du die Flasche gerade genommen? Welchen spielst du? Ich spiel die Dings. Achso. Achso. Ich spiel dich Sunny. Ich spiel die Julie. Achso, weil Sunny war gerade hinter mir und hat die Flasche genommen, die ich eigentlich haben wollte. Der will mich aber. Okay, mein Adrenalin ist weg. Schade. Warum? Ja, weil ich es schon nutzen muss, tatsächlich. Boat. Gate ist open. Ich kann mich ja entscheiden, wenn meine Ausdauer einmal komplett voll gemacht wird. Achso. Ach, du musst dann eine spezielle Taster drücken, oder wie? Äh, was heißt Ausdauer? Ne, nein. Also, wenn meine Ausdauer weg ist, kann ich die automatisch einmal komplett voll gemacht. Achso. Ist halt auch einfach geil. Das hat mir tatsächlich auch gerade den Arsch gerettet. Die ist tot. Ups. Boah, ich schaue ins Gesicht mal nochmal. Mal sehe ich so, wobei ich einfach mal irgendwo hab, wenn ihr absolut wegsiegt. Es ist nicht gut. Es ist nicht gut. Da ist nix gut hier. Ich hab das Welf gefunden. Also, das Teil, wo man es reinbringen kann. Achso, warte, warte. Ähm, sag mal, wo das ist, weil ich bring's jetzt mit. Ich hab's gefunden. Das ist im roten Bereich, glaub ich. Wobei, es ist neben dem roten Bereich direkt. Wo war's draußen? Wo war's hinter mir? Straight hinter mir. Oh my ass. Ich weiß, ich bin ziemlich. 100. Okay, ich komm wieder rein. Äh, die Tür, die gleich rot ist, da, da komm ich jetzt rein. , ich hab voll den Umweg genommen, ich hab voll den Umweg genommen, ich hab voll den Umweg genommen. Ich hab voll den Umweg genommen, ich hab voll den Umweg genommen. Ich hab voll den Umweg genommen. Komm, mach voll den. Jupp. Aber wir werden das Ding noch nicht reindrehen. Erst warten, bis Leatherface ein bisschen weg ist. Er kommt, er kommt, er kommt. In die Kühlbox. Äh, in die Gefrierung. Weil er muss am besten hoch. Er muss hoch, damit wir das Ding aufmachen können und dann sofort raus. So, er ist weg. Okay, gut, komm, komm, komm. Ach, da bist du. Lass mich reindrehen, ich kann das schneller machen, weil ich hab das... Ähm... Achso, stimmt ja, stimmt ja. Ich muss ja zuerst. Ist offen. Okay, ich nehm schon mal ein Messer mit. Weil das Ding sehen sie so oder so, was ist. Ich sag ja, ich kann es etwas schneller als du. Aber dass es so schnell ging, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Ich kann einfach durchdrehen und es ist nicht nur auf Hälfte gewesen. Los, go. Folge mir. Warte, warte. Schnell. Die werden ja wahrscheinlich jetzt... Ähm, ich würde sagen, ich gehe jetzt erstes dann zum Gate, wenn es offen ist. Es sieht so aus, als würden sie es nicht rausdrehen wollen. Ich glaube, einer ist AFK, oder? Möglich. Fick dich, Opa! Dummer Wichser! Komm heim. 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 Okay, CC ist schon da hinten. Das Tor ist offen. Nein, noch nicht. Okay, jetzt. Los, komm. Lass mich zuerst hier. Komm, geh fort. Hör, stopp. Thread softly steht hier. Avoid being detected by Grandpa for blah, blah, blah. Oh, blah, blah, blah. Oh. Oh, mein Gott, es kommt... Oh, es ist... Einer ist tot, der andere kommt auch raus. Äh, nee, da ist ein Kochschloss vor, tatsächlich. Da war ein, wenn ich es tatsächlich gesehen habe. Oh, echt? Ja. Warte. Habe ich es richtig gesehen, dann kommt er... Oder, äh, der hat es davor schon aufgemacht und gekocht, hat es danach angehangen. Oh. Ha. Na, wie läuft's, weil du so, es war die Sachen mal. Nicht bewegen, Junge. Oh, Gott, ist sehr dumm. Naja. Ach, jetzt müssen wir wieder auf eine Gruppe warten. Ja, kommt, man ist einfach rausgegeben, dann weiß ich gleich wieder. Ja.